Es gibt die Instagram-Mädels, die Frauen, die ganz viel Aufmerksamkeit brauchen, die du beschenken musst, wo du einen hohen Status brauchst und wo du ganz viel beweisen musst, dass du gut genug bist, um ihrer Welt zu sein. Das sind nicht die Arten von Frauen, an denen wir interessiert sind, oder? Nee. Die Arten von Frauen, die der stille, intellektuelle, ehrliche, vielseitig Interessierte, loyale, Mann mit Herz, Mann mit Tiefe möchte. Das ist eine Frau, die ein wenig anders gestrickt ist. Und in dieser Folge wollen wir dir erzählen, wie denn die natürliche Frau, die so wirklich bei dir ein wohles, warmes, molliges Gefühl im Herzen hervorruft, wenn du sie siehst, wenn sie dich anlächelt, was diese Frau von dir möchte und wie du diese Frau kennenlernst, die dich möchte. Herzlich willkommen im Freundinnen-Finden-Podcast. Mein Name ist Andy Friday, dein Coach, um die Frauen zu erobern und zu behalten, die du wirklich willst. Und mit dabei auch wieder Dominik Vanave, unserem Experten für Selbstbewusstsein. Und heute geben wir dir einen richtig schönen, sagen wir, Arschtritt aus dem alten Jahr ins neue und geben dir ein Paket an Motivation mit, damit du auch in diesem Jahr, in 2024, richtig deinen Erfolg in dein Leben ziehst und richtig es ranklotzt, es anpackst. Die richtigen Frauen vor allem. Die richtigen, tollen, natürlichen Frauen. Der große Irrglaube, die große Tragödie, die ich immer wieder leider sehen muss, ist, wie Männer nicht an sich glauben, dass sie sagen, Frauen wollen doch sowieso nicht einen Typen wie mich. Ich lande sowieso immer nur in der Friendzone. Ich bin zu lieb, ich bin zu zuvorkommend, hilfsbereit, ich bin immer nur der beste Freund. Und der Glaube, dass Frauen also dementsprechend das Gegenteil wollen von dem, was auch immer du bist, das ist das Fatale. Das ist das Traurige. Weil wir denken dann, dass wir grundsätzlich nicht gut genug sind, dass Frauen mehr auf Assis stehen, auf Arschlöcher, auf Machos und so weiter, auf Alphas, was auch immer das in den einzelnen Definitionen, die du jetzt entschieden hast, bedeutet. Wir denken, dass wir auf jeden Fall nicht wir diejenigen sind, auf die Frauen stehen. Und das heißt, wie soll es dann jemals bei Frauen klappen? Wir sehen Frauen also als so eine homogene Gruppierung an Bedürfnissen und an Erwartungshaltungen, denen wir nicht gerecht werden können. Also je mehr ich das so sage, desto mehr muss ich das doch wie Schwachsinn anhören, oder? Frauen sind genauso unterschiedlich wie wir Männer. Und genauso wie du irgendwelche Bodybuilder hast oder irgendwelche extrem akademischen Intellektuellen oder wie du Langläufer hast oder jemanden, der liebend gerne am Computer arbeitet und dort Menschen behilflich ist mit irgendwelchen krassen Whitehat-Lösungen des Hackings oder was auch immer. Es gibt so viele unterschiedliche Arten von Männern, genauso viele gibt es auch bei Frauen. Und wir kennen alle den Spruch, jeder Top findet seinen Deckel. Der Spruch hat uns bisher noch überhaupt nicht geholfen, weil wir auf der Suche nach Frauen nicht nach unserem Deckel gesucht haben. Wir haben gedacht, es gibt nur eine Art von Deckel und diese Art von Deckel steht auf eine andere Art von Topf. Kein Wunder, dass wir da nicht unseren Deckel gefunden haben. So, nehmen wir mal diesen Spruch wirklich als bare Münze. Es gibt für jeden Topf einen Deckel. Okay, wie ist denn wirklich die Wahrheit? Die Wahrheit ist, Töpfe werden produziert. Es gibt ganz viele unterschiedliche Arten von Töpfen, aber von jeder Produktlinie gibt es ganz viele Ausführungen. Richtig? Richtig. Und zu jedem dieser Töpfe gibt es auch einen bestimmten Deckel. Richtig? Richtig. Und manchmal, wenn du in die Küche guckst, dann wirst du feststellen, hey, auf diesen Topf passen ja sogar mehrere meiner Deckel und mehrere meiner Deckel kann ich benutzen für denselben Topf und so weiter. So, was ist also wirklich die Wahrheit, wenn wir mal wegkommen von Sprüchen und von Ängsten und von Erwartungshaltungen? Die Wahrheit ist, wir dürfen uns mehr trauen. Wir dürfen die Augen aufmachen. Nicht auf die ganzen Probleme Wert zu legen, die wir vermeintlich haben oder die Frauen vermeintlich haben, sondern auf Lösungen, auf die Dinge, die wir gut können, die unser Flirttyp gut kann, die vielleicht der introvertierte, schüchterne Mann, die ihn so liebenswert und attraktiv machen können und dass wir dann anfangen, auch bei Frauen diese Anzeichen wahrzunehmen, die Frauen, auf die du stehst, so besonders leitzigartig machen. Denn die Frau, auf die du, mein Lieber, wirklich stehst, die natürliche Frau, die will nicht den nächsten Alpha-Protz. Das will sie einfach nicht. Sie will den Mann, der du bist, ohne die Angst, ohne den Zweifel. So, was sollten wir angehen? Wir sollten nicht versuchen, mehr Alpha zu werden, mehr krass zu werden, extrovertierter, lauter oder irgendwas. Denn dann werden wir nicht die Frauen treffen, die für uns gut sind. Wir werden nicht unseren Deckel finden. Dann finden wir nämlich Frauen, die gut für den Alpha, die gut für den Protz sind. Die Barbie-Puppe, die im Club die ganze Zeit Tag und Nacht tanzt und vielleicht sich weißes Pulver durch die Nase schmiert. Willst du das? Nee. Okay. Dann brauchst du auch nicht diese ganzen Videos im Internet zu schauen von irgendwelchen Diskussionen von Männern und Frauen, die dann über sonst irgendwelchen toxischen Mist reden, weil das betrifft dich einfach alles nicht. Und das betrifft auch alles nicht die Frauen, auf die du stehst, die natürlichen Frauen. So, wie werden wir die kennenlernen? Mein Lieber, die lernst du nur kennen, wenn du erkennst, dass sie dich auch jetzt schon wollen. Die natürlichen, tollen Frauen suchen nach dem natürlichen, ehrlichen, authentischen, treuen, liebevollen, loyalen, hilfsbereiten, vielseitig interessierten Mann mit Herz. Genau den suchen sie. Und wie finden sie den? Den finden sie nur, wenn er sich zeigt. Wenn er den ersten Schritt macht und sagt, hi, hier bin ich. Und bottom line, netto, unterm Strich, ist das das Problem. Wie lösen wir also dieses Problem? Jetzt, wo wir erstmal wirklich der Wahrheit ins Gesicht geschaut haben, dass es nicht ein anderes Problem ist, dass dir nichts fehlt, dass du nicht verkehrt bist, dass du nichts Falsches bist, nein, mit dir stimmt alles. Und mit den Frauen, auf die du stehst, stimmt auch alles. Wir haben alle unser Päckchen zu tragen, wir haben alle Sachen aus der Vergangenheit, die uns manchmal Angst machen, von denen wir denken, oh Gott, ich kann mich jetzt gerade nicht trauen, weil ich das und das erlebt habe. Das haben wir alle. Aber das macht dich nicht weniger wert. Und das nächste Jahr, das jetzt ansteht, das darfst du mit diesen tollen Frauen auch hoffentlich genießen dürfen. Und das solltest du auch einen Angriff nehmen, mein Lieber. Denn die warten halt auf dich. Und wenn sie dich nicht finden, dann werden sie deinen besten Kumpel kennenlernen, der auch ein guter Kerl ist. Und das siehst du ja auch ständig passieren, dass andere tolle Menschen Partnerinnen haben und Partner finden, aber du nicht. Hey, haben die vielleicht mehr Glück? Vielleicht. Aber was haben sie wirklich? Sie hatten nicht diese riesigen Zweifel, die du hast. Lass uns über die Zweifel reden. Lass uns über diese Angst reden. Und das machen wir hier im Freundin Fitten Podcast, wie du weißt, jede Woche. Das ist in dieser Folge der 90. Folge. Jetzt gerade, wenn du sie aktuell hörst, dann Ende 2023. Zwischen den Jahren. Bald das nächste Jahr steht an, 2024. Wenn du die Folge später hörst, irgendwann in der Zukunft, dann herzlich willkommen in der Vergangenheit. Das waren so die Themen, über die wir 2023 geredet haben. Und die größte Entscheidung, die ich dir wirklich mitgeben kann, bevor wir jetzt in die Ursprünge dieser Angst, dieses Zweifels auch einen weiteren Blick werfen, ist, dass du einmal zurückblickst, auf was du dieses Jahr alles geschafft hast. Wollen wir damit jetzt gleich mal beginnen mit dieser neuen Disziplin. Der Disziplin, selbstwertförderlich zu denken, selbstwertförderliche Beweise zu finden dafür, dass Frauen, die natürlich sind, die intelligent, die smart, die loyal, die Werte haben, mit denen du dein Leben verbringen möchtest, dass diese Frauen existieren und nach Männern wie die Ausschau halten. Was sind denn die Beweise an den Dingen, die du schon geschafft hast? Selbstwertförderliches Denken. Das bedeutet, dass wir jetzt mal auf die Beweise gucken, die dich zu dem tollen Mann machen, der du bist. Was hast du dieses Jahr alles geschafft? Und ich merke da immer wieder, das ist ja auch bei mir ganz normal, kennst du wahrscheinlich auch, Dominik, dass die Dinge, von denen wir gedacht haben, dass sie so schwer zu erreichen sind, sobald wir sie mal erreicht haben, gibt es ein kleines kurzes High-Moment, wo wir sagen so, boah, krass, das hätte ich nie gedacht. Aber danach wird das irgendwie so selbstverständlich. Ja, okay, ich habe das halt irgendwie erreicht. Und wir haken das so ab. So, ja, okay, ja, habe ich erreicht. Aber was ist denn mit dem nächsten Problem? Und wir sind direkt wieder mit unserem Blick, haben wir in der letzten Podcast-Folge ja auch darüber gesprochen. Unser Blick ist dann direkt wieder so auf dem nächsten Problem fixiert. Aber lass uns doch mal kurz innehalten, was für ein krasser Typ du bist und wie krass dieses Jahr eigentlich für dich war. Was du alles erreicht hast, jetzt mal ohne Scheiß. Man sagt ja auch im Buddhismus, oder Buddha hat damals wohl gesagt, Glück ist der kleine Zustand, die wenigen Sekunden zwischen dem Erreichen eines Ziels und dem Setzen eines neuen Ziels. Dieser kleine Moment ist Glück. Also dieser kleine Moment von, ich habe dieses Problem überkommen, überwältigt, was auch immer bewältigt. Und jetzt fühle ich mich gut. Und zwei Sekunden später, ach ja, ich habe ja noch dieses Problem. Oder hier ist ein neues Problem. Und direkt wieder gehst du an die Arbeit. Das ist so. Ja, ja. Das ist so der Punkt. Und also auch interessanter Punkt für jeden Einzelnen, der das hört. Also setz dich mal hin und schreib dir mal auf, was du wirklich erreicht hast. Also die wenigsten werden das machen. Absolut. Also von 100 Hörern zwei. Zwei werden das machen. Werden sich hinsetzen. Und jetzt, nachdem ich das gesagt habe, weil Männer sehr gerne durch Herausforderungen angespornt werden, werden jetzt auch wahrscheinlich vier Männer machen, sich hinsetzen und sich mal aufschreiben, was habe ich alles dieses Jahr gut gemacht. Also nicht ich, sondern du. Und da dann direkt so brichst du wahrscheinlich auch schon dann die erste Regel des Brainstormings. Zum Beispiel, das ist keine, also die erste Regel des Brainstorming lautet, es gibt keine doofen Antworten. Und diese brichst du wahrscheinlich, indem du das, wenn du das aufschreibst, sagst, ja, okay, das war ja, wie Andi jetzt auch gerade schon sagt, das war jetzt ja nicht so krass, vielleicht. Und, okay, okay, wie oft kannst du das machen? Am Ende der zehn Minuten, die du dich dann vielleicht hinsetzt, hast du dann drei Punkte aufgeschrieben, wenn überhaupt, weil du alles dann irgendwie kleinredest. Ja, so wichtig war das ja aber nicht. Doch, das war alles wichtig. Das war alles wertvoll. Wenn du schon die kleinen Dinge nicht siehst, wie glaubst du denn, dass du die großen sehen kannst? Wenn du dir die kleinen, wenn du die kleinen Dinge nicht wert bist, wie kannst du denn glauben, dass du die großen Dinge wert bist? Selbstwert förderlich ist der, ist, ist, ist das, der, der, der Stichwort. Und was ist selbstwert? Also, du gibst dir selber einen Wert. Du bist dir selber wertvoll genug. Du bist dir selber genug. Und wenn du, wenn du diese Dinge mal aufschreibst, dann, dann gibst du diesen Dingen Wert. Dann waren das, dann waren das wertvolle Dinge für dich. Die Dinge, die dich deinen eigenen Wert sehen lassen haben. Wenn du ein, ein Ziel erreicht hast, wenn du dich überwunden hast, mal diese Frau anzusprechen. Egal, was daraus geworden ist. Da sprechen wir übrigens von Kontext und Content. Kontext immer vor Content, also vor dem Inhalt. Dass du sie angesprochen hast, ist wichtiger, als was dabei rausgekommen ist. Und dass du dich überwunden hast, hat so viel mehr Lernerfahrung, als was dabei rausgekommen ist. Ganz genau. Ob sie ja oder nein gesagt hat. Ja. Die Erfahrung. Und wir dürfen halt diese, es ist halt so 80-20, also Pareto. 80-20 oder 80 Prozent des Ganzen ist halt der Kontext, dass du es gemacht hast. Aber wir, wir verwechseln das dann häufig. Wir denken so, ja, okay, sie hat mir halt einen Korb gegeben, deswegen ist das alles nichts wert und deswegen ziehe ich jetzt meinen Schluss daraus, dass ich nicht gut genug bin für Frauen. Nee, du siehst halt nicht, dass du es gemacht hast. Dass du dir wertvoll genug warst, dich auf dein Ziel zu bewegen. Oder dass du dir wertvoll genug hast, in Liebe zu handeln, statt in Angst und die Angst zu überwinden. Mutig zu sein. Das darfst du sehen. Dass du es getan hast. Und wenn wir halt Dingen Wert geben, geben wir uns entsprechend selber mehr Wert. Wenn wir Dinge in unserem Leben haben, die wertvoll sind, die wir als wertvoll erachten, dann ziehen wir noch mehr wertvolle Dinge in unser Leben. Beispiel, wenn du deinen Freunden um dich herum, wenn du die wertlos betrachten würdest, wie lang hättest du noch Freunde? Wenn du aber deine Freunde um dich herum sehr wertvoll betrachtest, dann kannst du sehr schnell sehen, wie dein Freundeskreis wächst. Wie übertragen wir das auf tolle Frauen, auf natürliche Frauen, auf intelligente, wertebasierte Frauen? Indem du in diese Liebe gehst, von der Dominik gerade gesprochen hat. Dass du diesen Wert an der Stelle siehst, wo er auch ist. Und das ist eine richtig schöne Angelegenheit. Die macht richtig Spaß. Wo hast du denn vielleicht in diesem Jahr von Frauen Anzeichen von Interesse bekommen? Und was waren denn Anzeichen von Interesse, die du dieses Jahr vielleicht bekommen hast? Lass uns da nicht direkt in die Schuld gehen, von wegen, oh je, da hätte ich handeln müssen, oder sowas. Nein? Nö. Lass uns nur kurz mal bei, genau, ja, ja, lass uns nur mal bei dem Kontext bleiben. Also bei der, auf der Makroskala, auf der Reise. Das sind alles kleine Beweise, selbstwertförderliche Beweise. Und die wollen wir jetzt einfach mal sammeln. Wann hast du Zeichen wahrgenommen, dass Frauen dich mochten? Wann hast du Zeichen wahrgenommen, dass dein Arbeitgeber dich gelobt hat? Deine Kollegen, deine Freunde? Hast du dieses Jahr vielleicht von jemandem wertschätzende Worte gehört? Was haben sie gesagt? Erinnerst du dich daran? Ich bin sicher, dass du das alles dieses Jahr schon gehabt hast. Im Kleinen oder im Mittelgroßen. Oder im Riesigen. Und das ist verdammt viel wert. Du bist verdammt viel wert. Dafür darfst du dir ruhig mal auf die Schulter klopfen. Diesen Behemot, dieses Riesenmonster, das du immer wieder versuchst anzugehen, obwohl du Angst hast. Hut ab. Respekt. Das traut sich nicht jeder. Ich meine, du bist bestimmt auch nicht jetzt gerade auf diese Folge als allererstes gestoßen. Und wenn, dann herzlich willkommen. Aber allen Anschein nach bist du wahrscheinlich eher einer von den hunderten von Mailern, die diesen Podcast schon länger hören und schon viele Folgen gehört haben. Das heißt, du bist hungrig. Du willst mehr vom Leben. Du sagst, ja verdammt, es ist auch für mich möglich, ich will es rauskitzeln. Das ist geil. Dieser Hunger. Respekt dafür. Kompliment. Das ist klasse. Da hast du einen großen Fortschritt schon gemacht. Allein, dass du dir diese Vision mehr und mehr zur Realität aufgebaut hast, dass es möglich ist für dich. Mega. Das kannst du auch schaffen. 100 Prozent. Wenn nicht du, wer dann? Du hast es auch verdient, mein Lieber. Jetzt musst du es nur noch erschaffen. Machen. Das ist der nächste Schritt. Damit kannst du jetzt nächstes Jahr beginnen. Damit kannst du aber auch direkt heute schon beginnen. Und jedes Mal, wenn eine natürliche Frau in deiner Nähe ist, dann achte mal auf die Beweise, was sie denn so anziehend und attraktiv findet. achtet sie dann mehr auf den lauten Typen, auf den Extrovertierten oder ist sie vielleicht genauso wie du eher schüchtern, hält sich eher zurück und ist mehr darauf bedacht, sich die Situation mal anzuschauen, bevor sie sich dann erstmal öffnet und zeigt. Wenn sie das tut und du das genauso oft tust, dass du dich nicht sofort in Situationen rein initiierst, sondern du erstmal dir die Sachen anschaust von Weitem und bevor du dann den nächsten Schritt auf eine Gruppe neuer Menschen machst, Arbeitskollegen, Freunde, wie auch immer, wenn du weggehst und du siehst, dass die Frau dasselbe macht, Anzeichen dafür, dass da vielleicht der Topf ist, der auf deinen Deckel passt. Und das darfst du ein wenig mehr auskosten, diese Wahrheit, dass es Frauen gibt, die eben nicht auf laute, krasse, was weiß ich, größere, immer weiter hinaus gehende Kerle stehen, mit Status, mit Prunk und so weiter, sondern dass es Frauen gibt, die halt einfach auf die, auf den Bereich zwischen den Buchstaben achten, auf diesen Zwischenbereich, was ist denn da hinter, stille Wasser sind tief, wie viel Herz hat er denn, all diese Errungenschaften bringen mir gar nichts, wenn er ein Wichser ist. So, wie ist es denn um seine Werte bestimmt? Darauf achten Frauen genauso wie wir darauf achten. Nicht alle, nicht alle, genauso wenig wie alle Männer darauf achten, aber dieser Podcast ist auch nicht für alle Männer, sondern eben für einen bestimmten Schlagmänner. Und dieser bestimmte Schlagmänner, der mag auch einen bestimmten Schlag Frauen. Und dieser bestimmte Schlag Frauen mag auch diesen Schlag Männer. Also, was sind denn noch mehr Anzeichen, die du wahrnehmen kannst? War sie vielleicht in deiner Nähe? Hat sie deine Idee gesucht? Hat sie dir auf die Schulter geboxt, als sie miteinander geredet hat? Hat sie gelacht? Hat sie dir Interesse gezeigt, indem sie dir Fragen gestellt hat? Heißt das jetzt, dass sie schon hochhimmel jauchzend deine Frau werden möchte? Nein, natürlich nicht. Aber es sind Anzeichen, die wir auch ruhig mal wahrnehmen können. Und auf diesen Anzeichen dürfen wir aufbauen. Da dürfen wir dann Hallo sagen. Dürfen wir einen kleinen Schritt vorwärts gehen? Ja, klar, manchmal geht es nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Manchmal geht es schief. Natürlich. Und das ist vielleicht auch aufgrund des ganzen Zweifels, den du als Rucksack mit dir mitgeschleppt hast, dass du gedacht hast, das wird sowieso nichts werden. Und siehst du, da ist der Beweis, jetzt ist wieder nichts geworden. liegt vielleicht daran, oder? Es war eine sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung. Die Frage ist, die selbsterfüllende Prophezeiung, ja, sofort, ich will nur kurz, was das ist, erklären, weil diese selbsterfüllende Prophezeiung, das sehe ich häufig. Es ist, wenn du selber nicht daran glaubst, dass es funktionieren wird, sondern du sagst jetzt schon, das wird sowieso nichts werden. Am Samstag werde ich wieder dastehen und mich wieder wie der letzte Trottel fühlen. Es wird wieder nicht klappen. Wenn du das sagst, dann hast du es in Stein gemeißelt und dann wird es auch so sein. Weil du deine Realität jetzt schon geschrieben hast. Du hast es schon in Stein gemeißelt, es wird dann auch so sein. Und so verrückt ist halt auch Mindset-Arbeit, dass wenn du das Gegenteil sagst und sagst, am Wochenende werde ich es rocken und ich werde mutig sein, ich werde attraktiv und charmant sein, dann sind die Chancen viel höher, dass du das auch sein wirst. viel höher. Du kannst nicht das Ergebnis herbeizwingen, aber du kannst die Wahrscheinlichkeiten dafür, dass es ein für dich positives Ergebnis ist, drastisch in die Höhe schrauben durch die richtige Sprache, die du mit dir selber sprichst. So, ja, das ist eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ja, bitte Dominik. Ja, ganz genau. Du hast gerade noch gesagt so, ja, siehste, hier ist doch der Beweis dafür, dass es jetzt nicht klappt und so. Und die Frage ist dann so, die ich auch den Männern gerne stelle, wenn sie so eine Aussage treffen. Warum brauchst du das? Warum brauchst du diesen Fehler? Warum musst du dich, warum musst du einen Beweis dafür finden, dass es nicht klappt? Was hast du davon? Wir machen nichts, also, wir als Mensch machen nichts, ohne einen Benefit daraus zu bekommen. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie so, ich gebe dir nur was, damit ich glücklich bin, so, nee, im besten Fall nicht, das ist auch nicht die Gebermentalität, über die wir jetzt auch in der letzten Folge nochmal gesprochen haben, sondern, wir haben eine emotionale Reaktion auf die Dinge, die wir tun. Und, wenn ich jetzt davon ausgehe und sage so, ja, ich bin Frauen mögen mich nicht und jetzt habe ich hier zwar ein Date und das werde ich jetzt sowieso voll in den Sand setzen und dann haut sie ab im Laufe des Dates und dann sage ich, siehste, habe ich doch gesagt, das wird nichts. Was hast du davon? Was hast du davon, dir so einen Quark zu erzählen, dir so eine negative Realität zu erschaffen, die in der Frauen dich nicht mögen? Was hast du davon? Und die Antwort, die dann meist kommt, ist so, ja, ich habe davon ja nichts oder beziehungsweise oder wenn ich frage so, warum brauchst du das? Warum brauchst du diese Negativität? Warum brauchst du den Failure auf Englisch? Den, den, wie sagt man? Das Versagen? Genau, dankeschön, das Versagen. Warum brauchst du das Versagen? Und dann ist halt oftmals so die ideologische Antwort, ja, ich brauche das ja nicht, ich will ja schon ein gutes Leben haben. Nee, bleib hier. Du brauchst das, weil es sich besser und bekannter für dich anfühlt, im Land des Versagens zu bleiben. Das kennst du schon. Das ist der bekannte Weg. Das ist das bekannte, das bekannte Unglück. Warum tauschen in das unbekannte Glück? Das kennst du nicht. Da könnte ja ganz viel Schlimmes passieren. Also jetzt mal in Anführungszeichen gesprochen. im unbekannten Glück passiert halt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich nichts, was dir schaden könnte, weil es das Glück ist. Also, die Frage nochmal so, warum brauchst du das? Warum brauchst du diese Emotion von habe ich dir doch gesagt, siehste, ist nichts geworden. Und wenn du dir dessen mal bewusst bist, dass du dir diese Dinge sagst, diese Emotionen, diese Gefühle einredest und das Bewusstsein dafür schaffst, dann kannst du dich auch stoppen. Und wenn du dich stoppen kannst, dann kannst du sie auch ändern. Dann kannst du deine Zukunft ändern, indem du deine Realität ändern, indem du sagst so, jetzt wolltest du vielleicht gerade sagen, siehste, habe ich doch gesagt, dass ich das in den Sand setzen werde. Beispiel. Stattdessen sagst du, siehste, ach, ich stoppe mich, ich will diese Emotion nicht mehr haben, ich will eine bessere Zukunft haben, deswegen will ich eine bessere Emotion haben und meine Gedanken lösen Emotionen aus. Das heißt, ich denke jetzt besser. Ich denke jetzt besser darüber, so, ach, guck mal, was habe ich hier denn jetzt zum Beispiel gemacht, das dafür gesorgt hat, dass ich weniger enthusiastisch auf diesem Date war? Was hat dafür vielleicht gesorgt, dass sie auf diesem Date nicht so, sich nicht so wohl gefühlt hat? Und dann plötzlich bist du, bist du auf der Suche nach Feedback. Dann bist du im Wachstumsmodus. Dann kannst du Sachen auch mal ändern, anstatt direkt schon die Kiste zuzuschließen und zu sagen, ja, siehste, ich bin die einzige Person im Universum, für die Frauen Erfolg nichts ist. Alle anderen haben es verdient, ich nicht. Alle anderen können es erreichen, ich nicht. Was hast du davon? Das kann doch nicht sein, dass du, also ich, ich weiß ja, ich kenne ja die Männer, die mit uns arbeiten, die, offensichtlich, weil wir das ja schon seit über zehn Jahren machen, aber, ein Gedanke, ein hartnäckiger Gedanke, der sich, der sich so, so festgesetzt hat, ist, ich bin halt nicht für Frauen Erfolg gemacht. Was bringt dir der Gedanke? Was bringt dir das? Also ich, das ist so ein Mic-Job-Moment, finde ich eigentlich so. Lasst dir mal gerade diesen, diesen Gedanken durch, durch den Kopf drehen, durch den Kopf ziehen. Was bringt dir das, als zu sagen, du bist als Einziger, oder für dich ist Frauen Erfolg nicht gemacht. Was bringt dir das? Mehr Einsamkeit. Wirklich, diese, ganz genau, richtig. Ich wollte gerade nur darauf hinweisen, dass das keine rhetorische Frage ist. Es ist nicht so, als ob die, die Antwort irgendwie, ja klar, bringt mir das nichts. Sondern, wie du gesagt hast, Dominik, es gibt darauf eine echte Antwort. Es bringt, es bringt dir nämlich etwas. Also das ist halt der Punkt. Es ist keine sinnlose, zweckmäßigkeit. Es bringt dir tatsächlich etwas. Es bringt dir etwas zu glauben, dass du es nicht hinbekommen wirst. Genau, es ist vielleicht, es ist vielleicht die Antwort zu sagen, so, ja, ich bin halt derjenige, so Identität, ich bin halt derjenige, der, der es schwer hat mit Frauen. Ich habe halt dieses Problem, Identität. Ich bin derjenige, der dieses Problem hat, so, es schwer mit Frauen zu haben. Wer bin ich denn, wenn ich dieses Problem nicht mehr habe? Dann bricht meine bekannte Welt zusammen. Das ist Angst. Das ist Angst vor der Nicht-Existenz oder vor dem Existenzverlust, vor dem Tod vielleicht sogar. Und sich darüber mal bewusst zu werden, zu sagen so, Alter, was ich mir die letzten Jahre überhaupt eingeredet habe, dass ich nicht, dass ich es nicht wert bin, dieses Ziel zu erreichen, ist darauf zurückzuführen, dass ich glaube, wenn ich das Ziel plötzlich erreiche, ich meine Freunde verliere, ich mein Ansehen verliere, ich vielleicht die Aufmerksamkeit verliere. Aufmerksamkeit ist eine Form von Liebe, ja. Wenn ich die Aufmerksamkeit nicht mehr bekomme, als, ach, du armer Michael, du armer Michael, du hast es mit Frauen so schwer, aber ich kann gar nicht verstehen, warum du noch Single bist. Solche Sätze zum Beispiel nicht mehr zu hören. So, die, 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 den Komfort daraus zu ziehen, solche, solche Aufmerksamkeit, solche Schulterklopfer, solche, solches Mitleid zu bekommen. Das, das ist halt das bekannte, das bekannte Unglück. Aber wenn ich jetzt plötzlich damit aufhöre, das bekommen zu wollen und stattdessen sage so, es bringt mir ja wirklich gar nichts, dass ich denke, dass ich als Einziger im Universum keinen Erfolg bei was auch immer, bei Frauen verdient habe. Das will ich nicht mehr. Und dann bin ich auch bereit, diesen Tod zu sterben, dass ich nicht mehr der arme Michael bin, der, bei dem es die Menschen nicht verstehen, warum er noch Single ist. Aber du bist doch so ein netter Kerl. Ja, du wirst schon die Richtige finden. Die Richtige Zeit wird noch kommen. Die Richtige, die Richtige kommt schon noch. Sei einfach du selbst. Das wird schon. Was bringt dir das? Ganz ehrlich, ich werde gerade ein bisschen, ein bisschen lauter hier, aber vielleicht ist das notwendig, um dich zum Ende des Jahres nochmal wachzurütteln, zum Beginn des neun Jahres wachzurütteln, damit du endlich mal was tust. Es fängt bei dir an. Michael. Was du tun kannst, ist ganz simpel. Du kannst dir erstmal bewusst werden, was denn deine Stärken sind, was deine Schwächen sind, was die Momente sind, in denen du nur einen kleinen Schritt nach vorne gehen musst, damit die Frau den nächsten Schritt gehen darf. Denn wie wir immer sagen, Verführung, dazu gehören zwei. Es ist ein gemeinsamer Prozess. Wie bei einem Tanz, müssen beide mittanzen wollen. Klar, gibt der eine die kleinen Impulse, aber beide tanzen und beide geben sich auch gleich viel Mühe. Und den ersten Impuls, wie zum Beispiel die Frau zum Tanz aufzufordern, wie zum Beispiel dann die Pirouette einzuleiten, den darfst du geben. Und das ist eine unglaublich schöne Sache. Da brauchen wir auch nicht zu sagen, wow, ja, Frauen sollten mehr machen, denn ich persönlich denke, das ist ein Privileg, dass ich das Recht habe, derjenige zu sein, der den ersten Impuls setzt. Das gibt mir so viele Möglichkeiten. Klar, das gibt dir so viel Freiheit. Du darfst entscheiden, mit wem du überall einen Tanz beginnst. Also, lieber laufe ich so durchs Leben, als dass ich darauf angewiesen bin, dass andere mich darauf auffordern, mit ihnen zu tanzen, dass ich darauf warte, dass andere mich ansprechen. Da bin ich ja total limitiert an den möglichen Partnern. Nein, danke. Lieber habe ich die Möglichkeit, auf Frauen zuzugehen und natürlich auch ab und zu dann da unter diesen Frauen an die Falschen zu geraten. So, das erkennst du dann früh genug. Oder eben auch einfach eine Abfuhr zu bekommen. Passiert mehr als genug und es ist ein ganz natürlicher Teil des Prozesses. Wenn du jemanden zum Tanz aufforderst und er will nicht, das gehört dazu. Aber lieber bin ich derjenige, der diesen Schritt gehen darf. Es ist ein mega geiles Privileg. Super, super geil. Die einzige Sorge, die wir dabei haben, dass wir hinfallen, die entspringt aus diesem super, super kleinen Mikrokosmos, wo wir glauben, alles, was ich jemals anfange, muss sofort funktionieren. Perfektionismus. Bring dich nicht weiter. Leg das Ganze ab, so schnell wie möglich. Weil es ist ein Prozess. Es war noch nie ein Sprint. Es ist ein Marathon und es ist ein Prozess. Gerade zum Thema Ablehnung. Gerade nochmal zum Thema Ablehnung. Also, die erfolgreichsten Männer mit Frauen, also die Männer, die am erfolgreichsten sind bei Frauen, die haben wahrscheinlich nur, oder was heißt nur Ablehnung, also die meiste Ablehnung erlebt. Anni und ich sagen auch immer ganz gerne, wir haben wahrscheinlich mehr Ablehnung, mehr Körbe bekommen, als du jemals Frauen angesprochen hast. Ja, es ist hundertprozentig. So oft, wie ich schon auf die Schnauze gefallen bin, allein schon, bevor ich überhaupt die Reise angegangen bin, ein Coach zu werden, bin ich sowas von oft auf die Schnauze gefallen, weswegen ich es überhaupt zu meiner Lebensmission gemacht habe, Liebe zu verstehen. Ich musste erst mal richtig viel Dreck im Mund haben, bevor ich gemerkt habe, so, Mann, das schmeckt mir alles nicht, wie mache ich das denn jetzt besser? Und dafür bin ich mega dankbar, das hat mich hier auf diese Reise gebracht, wo wir heute sind. Was du tun kannst, ist ganz easy. Du kannst dir einfach mal eine kostenlose Flirt-Type und Charisma-Analyse holen. Das ist eine Einschätzung. Das ist eine Einschätzung von Experten. Das ist nicht eine Einschätzung Gottes, das ist nicht, da werden wir dir nicht aus der Glaskugel vorlesen, wo deine Zukunft liegt. No, weil in dir liegt das Potenzial, in dir liegt auch die Entscheidungsgewalt. Am Ende bist du derjenige, der entscheidet, wohin die Reise geht. Du bist der Captain deines eigenen Schiffs und die Insel, wo die ganzen Frauen, die natürlich sind und auf dich warten, die darfst du ansteuern. Was wir tun, ist, wir geben dir lediglich eine Weltkarte und wir geben dir einen Kompass und wir erzählen dir, wo die Gefahren so sind auf dem Seeweg und wir sind auch dabei im Schiff, das heißt, wenn irgendwie Piraten kommen, dann können wir die Piraten abwehren. Klar, wir begleiten dich dahin und dadurch wirst du schneller an diese Insel kommen, aber du bist der Captain, mein Lieber. Und das ist eine Einschätzung erstmal deiner Fähigkeiten, deines Flirttyps, auf was für Frauen du üblicherweise stehst und welche Arten von Eigenschaften sie in dir suchen, ob du diese Eigenschaften schon hast, ob wir die stärken müssen, ob wir die mehr zum Vorschein bringen dürfen, wie du jetzt mehr in die Leichtigkeit kommst, in die Unabhängigkeit, in das Gefühl von Verführung, in das Gefühl, in das Gefühl, mein Lieber, nicht in die Technik, sondern in das, was sie in dir spüren möchte. Und das ist nicht etwas, was dir fehlt, das ist nur etwas, was du in ihr erwecken darfst, eine Sehnsucht nach mehr von dir. Das ist ein Gefühl, von dem wir hier sprechen, das war schon immer ein Gefühl. Liebe, Liebe ist nicht, oh, hier passen die Eigenschaften zueinander. Liebe ist, oh, es fühlt sich richtig an. Und das, das kannst du in dir selber und bei Frauen definitiv hervorrufen, wenn du weißt, wie viel Wert du eigentlich hast, mein Lieber, und wie viel Wert die Frau vor dir eigentlich hat und wie simpel und easy das Ganze zwischen euch einfach nur fließen darf. Das sind ein paar Erkenntnisse, das sind ein paar wichtige Gewohnheiten, die du wahrscheinlich noch nicht in deinem Leben etabliert hast, die wir dir über zehn Wochen auch gerne beibringen werden, sofern es passt, sofern du sagst, ja, ich möchte gerne mit Andy und seinem Team zusammenarbeiten, sofern wir auch sagen, ja, wir möchten gerne mit dir, Michael, zusammenarbeiten und dann schauen wir weiter. Der erste Schritt ist aber erstmal, dass du sagst, hey, ich bin gewillt, das nächste Jahr anzupacken. 20, 25, ne, 24, aber vielleicht auch 25, wann auch immer du die Folge hörst, ja, erst mal 24. Das wird das Jahr werden, in dem ich ganz viele wunderschöne Kapitel mit Frauen schreibe, Erfahrungen sammle und so die richtigen finde, aus denen ich dann entscheiden kann, mit dir will ich zusammen sein. Das wird mein Jahr und das darf auch dein Jahr sein. hol es dir mal lieber. Wenn du den Weg mit uns gehen möchtest, dann www.flirtanalyse.de für deine eigene kostenlose Flirt-Typ und Charisma-Analyse, die wir übrigens auch nur deswegen machen können, weil wir so vielen Männern schon geholfen haben, die du hier hinter mir auch siehst und die ganzen schönen Bildern von den Pärchen, die sich alle kennengelernt haben, in oder direkt nach dem Coaching mit uns in der Flirt-Charisma-Analyse, in der Flirt-Masterclass und der erste Schritt, mit uns zusammenzuarbeiten, ist die Flirt-Typ- und Charisma-Analyse. So, geh auf den Link in der Beschreibung oder www.flirtanalyse.de. Wir freuen uns drauf, dich dort zu sehen. Es beginnt ein wunderschönes neues Jahr, mein Lieber. Du hast es verdient, happy zu sein. Okay, jetzt schon. Schau nochmal auf die ganzen geilen Dinge, die du dieses Jahr gerockt hast. Den Schritt, den du schon gegangen bist. Darauf kannst du verdammt nochmal stolz sein. Ich bin's. Ich bin stolz auf dich, mein Lieber. Hast du geil gemacht. Sei mehr von diesem Geschenk, das du für Frauen bist. Zeig dieses Geschenk mehr an die Welt. Zeig Frauen mehr, was du für tolle Gefühle ihnen schenken kannst und dadurch dir selber und auch der ganzen Welt dadurch mehr Freude, Gelassenheit und Liebe geben kannst. Wir wünschen dir einen richtig geilen, neuen Start ins nächste Jahr. Fahr vorsichtig, wie immer und bleib gesund. Bleib uns erhalten. Bleib den Frauen erhalten. Bleib in der Liebe und bis bald in der Charisma-Analyse. Bleib in der Liebe Bis zum nächsten Mal. Bleib in der Liebe und bis bald